Hi, hier ist Kamal von den Bestos und wir machen hier gerade ein Vergleichsvideo mit dem Apple iPhone 4s, HTC One X und Samsung GTI 9300 Galaxy S3. Und zwar zeichnen wir alle drei Videos auf in 1080p Full HD, 1920x1080 Pixel auf bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Und was ihr hört, ist der einzigartige Ton bei allen Smartphones. Also wenn ihr das erste Video schaut, dann schaut ihr gerade das Video des Apple iPhone 4s, das zweite Video ist das des HTC One X und das dritte und das letzte Video ist das des GTI 9300 Galaxy S3. Somit können wir unterscheiden, welcher Ton... Hi, hier ist Kamal von den Bestos und wir machen hier gerade ein Vergleichsvideo mit dem Apple iPhone 4s, HTC One X und Samsung GTI 9300 Galaxy S3. Und zwar zeichnen wir alle drei Videos auf in 1080p Full HD, 1920x1080 Pixel auf bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Und was ihr hört, ist der einzigartige Ton bei allen Smartphones. Also wenn ihr das erste Video schaut, dann schaut ihr gerade das Video des Apple iPhone 4s, das zweite Video ist das des HTC One X und das dritte und das letzte Video ist das des GTI 9300 Galaxy S3. Somit könnt ihr unterscheiden, welcher Ton bei welchem Telefon... Hi, hier ist Kamal von den Bestos und wir machen hier gerade ein Vergleichsvideo mit dem Apple iPhone 4s, HTC One X und Samsung GTI 9300 Galaxy S3. Und zwar zeichnen wir alle drei Videos auf in 1080p Full HD, 1920x1080 Pixel auf bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Und was ihr hört, ist der einzigartige Ton bei allen Smartphones. Also wenn ihr das erste Video schaut, dann schaut ihr gerade das Video des Apple iPhone 4s, das zweite Video ist das des HTC One X und das dritte und das letzte Video ist das des GTI 9300 Galaxy S3. Somit könnt ihr unterscheiden, welcher Ton bei welchem Telefon am besten ist. Also was wir hier gerne machen... Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.